Neuntes Kapitel Erste Betrachtung Die Schöpfung Vorbereitung Versetze dich in Gottes Gegenwart. Bitte ihn um sein Licht. Erwägungen Erstens Es ist noch nicht lange her, da warst du noch nicht auf der Welt, warst in Wahrheit nichts. Wo waren wir damals, meine Seele? Die Welt existierte schon lange, und man hatte von uns noch nichts gehört. Zweitens Gott hat dich aus diesem Nichts hervorgehen lassen, um dich zu dem zu machen, was du bist, ohne dass er dich gebraucht hätte, einzig durch seine Güte. Drittens Betrachte die Natur, die Gott dir gegeben. Sie ist die vollkommenste der sichtbaren Welt, befähigt zum ewigen Leben und zur vollkommenen Vereinigung mit der göttlichen Majestät. Affekte und Entschlüsse Erstens Demütige dich tief vor Gott. Sprich von Herzen mit dem Psalmisten. Herr, vor dir bin ich in Wahrheit nichts. Wie hast du doch meiner gedacht, mich zu erschaffen? Meine Seele, du warst versunken im Nichts. Was wärest du in diesem Nichts? Zweitens Danke Gott Mein erhabener und gütiger Schöpfer, wie viel Dank schulde ich dir, dass du mich aus dem Nichts gezogen hast, um mich durch deine Barmherzigkeit zu dem zu machen, was ich bin. Was kann ich nur tun, um deinen Namen würdig zu preisen und deiner unermesslichen Güte gebührend zu danken? Drittens Schäme dich Mein Schöpfer, statt dir meine Liebe und meinen Dienst zu schenken, habe ich mich gegen dich aufgelehnt. Ich hing ungeordneten Neigungen an, trennte und entfernte mich von dir, um der Sünde nachzulaufen. So wenig habe ich deine Güte geehrt, als ob du gar nicht mein Schöpfer wärst. Viertens Demütige dich vor Gott. Wisse, meine Seele, dass Gott dein Herr ist. Er hat dich erschaffen, nicht du hast dich selbst gezeugt. Oh Gott, ich bin das Werk deiner Hände. Fünftens Da ich also nichts bin, will ich mich nicht mehr selbstgefälligen Gedanken überlassen. Wessen willst du dich denn rühmen, Staub und Asche? Ein wahres Nichts bist du. Womit kannst du dich brüsten? Ich will mich demütigen und dies und jenes tun, diese oder jene Verachtung ertragen. Ich will mir der Ehre bewusst sein, dass er mir die menschliche Natur geschenkt hat und sie ausschließlich zur Erfüllung seines Willens gebrauchen. Dazu will ich mich aller Mittel bedienen, die mein Seelenführer mir anraten wird. Schluss Erstens Dank Meine Seele preise den Herrn und mein Herz lobe seinen heiligen Namen, denn seine Güte hat mich aus dem Nichts gezogen, seine Barmherzigkeit hat mich erschaffen. Zweitens Aufopferung Mein Gott, ich opfere dir das Sein auf, das du mir gegeben. Ich schenke und weihe dir mein Herz. Drittens Bitte Gott, stärke meine Empfindungen und Entschlüsse. Heilige Jungfrau, empfiehl sie der Barmherzigkeit deines Sohnes, wie auch alle, für die ich beten soll. Vater unser, gegrüßet seist du, Maria. Nach der Betrachtung geh ein wenig auf und ab, pflücke einen kleinen Blumenstrauß aus deinen Erwägungen, an dem du dich tagsüber erquicken kannst.